So, ein kurzes Video zu dem Thema, wie erzähle ich was jemand anders über mein Beziehungsleben oder über meinen Partner und was bekomme ich dann da raus? Also, wenn ihr so in irgendwelchen Welten unterwegs seid, wo viel über Echsen und so geredet wird, fällt euch ja auf, dass immer alle böse, alle schlecht, alle schlimm ist ja auch verständlich. Klar, das macht einen nicht happy, wenn Sachen auseinander gehen. Aber ich wollte einfach mal diesen Gedanken reinbringen, dass das, was du von jemand anders hörst, egal ob das jetzt eine Freundin ist, ob das ein Coach ist, ein Therapeut oder sonst was, natürlich auch wesentlich davon beeinflusst wird, was du ihm sagst. Also, wenn du natürlich nur die negativen Sachen deines Partners sagst oder diese negativen Sachen noch, wer weiß wie, übertreibst und sozusagen die eigentlich schon zurechtgelegt hast, du bist ja sowieso ein Narzisst und erzählst dann das Ganze aus so einem Blickwinkel, als wenn es ein Narzisst wäre. Ja, dann würde natürlich der andere auch sagen, ja, stimmt, hast recht und oder was weiß ich, oder beim Coach vielleicht, ja, könnte sein, keine Ahnung, wissen wir ja nicht, aber hört sich super toxisch an und aber solltest du dich mal wieder fragen, habe ich meine Story auch korrekt erzählt, auch mit meinen Anteilen so, ne? Und das ist natürlich immer schwierig unserer, das ist natürlich klar, weil man sieht immer die Macken beim anderen, also die Splitter im Auge des anderen, aber die eigenen Balken ist schwer zu sehen, ne? Das ist, ich meine, das ist menschlich, aber trotzdem sollte man echt drüber nachdenken und auch wenn ihr andere Reden hört über Ex-Partner, sollte man das immer mit so einem, mit so einem Grain of Salt nehmen, ne? Also sollte man immer ein bisschen distanziert bleiben und denken, hm, was ist da wohl wirklich passiert? Nicht, dass es nicht so hätte sein können, aber Menschen neigen natürlich, so je nachdem, was sie sich für eine Story im Kopf gemacht haben, neigen sie natürlich dazu, die Geschichte entsprechend gefärbt zu erzählen und keiner von uns nimmt natürlich die Realität so wahr, wie sie ist. Sie ist immer, ist immer eine Brille, durch die wir die Welt sehen, so, ne? Nur, das sollten wir auch nicht vergessen, da gibt es ja auch Forschung zu, dass wir Menschen, die wirklich so in Richtung Persönlichkeitsstörungen gehen, dass die natürlich eine besonders verrenkte Form der Wirklichkeit, so es sie denn gibt, wahrnehmen. Und, ja, das vielleicht nicht merken und entsprechend Sachen, ja, Kraus erzählen und daraus dann ganz falscher Eindruck entsteht vielleicht über andere Menschen, ne? Ich denke, so kommt es auch zustande, dass diese ganzen Children-Aliination-Geschichten, also, dass Kinder aufgehetzt werden, dass Freunde aufgehetzt werden, was weiß ich, wenn man sich trennt und, ja, wenn natürlich wirklich was Schlimmes passiert ist, klar, da ist was Schlimmes passiert, aber ich wollte einfach nur mal ein bisschen sensibilisieren, selbst wenn du zu so einem Coach oder Therapeuten gehst, wenn du einfach irgendeine völlig gestörte Version, sag ich mal, deiner Geschichte erzählst, was, wie soll das Gegenüber das erkennen und dir dann korrektes Feedback draufgeben, ne? Das ist auch so ein Grundproblem, finde ich, manchmal von Beratung, dass man auch so ein bisschen manchmal das Raunkreis rauskriegt, was man reingesteckt hat, ne? Natürlich sollte da noch viel mehr passieren, aber, und vielleicht, wenn man längere Prozesse geht, kann man natürlich auch positiv drauf hoffen, dass der Berater das alles ein bisschen durchschaut vielleicht, aber, ja, klar, wenn ich irgendeine Räubergeschichte erzähle, ja, werde ich dann auch das zurückbekommen, dass der andere die Hände am Kopf zusammenschlägt und sagt, boah, was ist das für ein schlimmer Mensch oder irgendwelche Varianten davon, was weiß ich, aber was ist dann gewonnen? Es ist immer noch eine krause Geschichte, so, ne? Deswegen, wenn man wirklich weiterkommen will, dann macht es, glaube ich, Sinn, wirklich zu überlegen, okay, was ist mir passiert, wo könnten meine Anteile liegen? Und wenn man das sagt, natürlich soll man darüber reden, versuchen, es wirklich, ja, umfassend zu erzählen, dass man auch wirklich vernünftiges Feedback kriegt und einem nicht immer nur die eigene gestörte Welt sich sozusagen zurückgespiegelt wird. Ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, 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 ich hoffe Untertitelung des ZDF, 2020